Der kleine Bruder, der noch keinen Bart hat, fragt danach, ob man sein Bart rasieren darf und er hat noch gar keinen. Auf jeden Fall, schon mal eine schlechte Voraussetzung. Die Sache ist so, liebe Geschwister, es ist kein Problem, nach einer Ansicht der Salaf-Gelehrten, von dem Bart zu nehmen, wenn der Bart über der Handbreite hinauswächst. Das heißt, alles, was hierüber hinauswachsen würde, könnte man nehmen. Aber die Handbreite ist Minimum, ist Minimum. Wallahu ta'ala, ala wa'alam. Der Prophet, sein Bart wurde beschrieben, bis wo ging er ihm? Bis zur Brust von Rasulullah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Jumhurul ulama, die meisten Gelehrten sagen, man darf den Gebart eigentlich gar nicht anfassen. Und ein Teil der Gelehrten sagt, alles, was über al-qabda ist, qabda bedeutet diese Faustbreite, darf man hinwegnehmen. Wallahu ta'ala, ala wa'alam. Tafaddal. Sabeel demor, sabeel demor, sabeel meryh.